Ich-Bedürfnis, ja, und da haben wir wieder das nächste Problem, wenn hier unten die Grundbedürfnisse, Defizitbedürfnisse sind, ja, also es gab nicht zu viel, es gab nicht zu viel Essen vielleicht, ja, dann zieht sich dieses Loch da bis hinauf in die Ich-Bedürfnisse, was macht dieser Mensch dann? Dann wird sich der um seine Karriere kümmern. Hat der Interesse, ein Manager zu werden, viel anzuschaffen, Statussymbole? Nein, dieser Mensch, der hier unten kein Essen bekommen hat, wird einzig und allein schauen, dass sein Eiskasten voll ist. Das ist dann sein Ich-Bedürfnis. Warum kommen Menschen nicht in die Gänge? Weil in diesen untersten zwei Bedürfnissebenen Löcher sind. Da fehlen Energien, da gibt es Disharmonie in dem Bedürfnis, ja, geborgen zu sein, Stabilität und Struktur zu haben von der Familie. Wir können nur frei sein und fliegen, wenn wir ein Netz haben. Ohne Netz können wir nicht fliegen.